Die Fahrkarte, bitte. Das ist ein Zettel mit einem Smiley, auf dem Fahrkarte steht. Haben Sie eine Fahrkarte? Haben Sie eine Fahrkarte? Und wieso haben Sie keine Fahrkarte? Die hab ich bei deiner Mama vergessen. Was? Deine Familie schaut aus wie das Vorherbild meiner Schönheits-OP-Werbung. So hat noch nie jemand mit mir geredet. Wenn ich deine Eltern ansehe, fällt mir ein, dass ich den Müll noch ausbringen muss. Es tut mir leid. In 20 Jahren ist dein Bild in dem Buch als Grund für die Evolutionsbremse. Bitte hör auf. Dann hau endlich ab, du Klerasil-Test-Gelände. Hallo, die Fahrkarten, bitte. Verpiss dich, du Huren.